Steig hinauf an hohen Bergen, schau hinunter ins tiefen Tal. Und dort stehen drei junge Sämmen, einer war so wunderschön. Der erste, der war ein Zimmermann und der zweite, ein Kaufmannssohn. Und der dritte, der war ein Konflechter, dem das Mädchen so wohl gefällt. Der Konflechter dreht sich umatet, macht das Mädchen meine Hand. Willst du fahren oder willst du reiten oder flechten mit mir gehen? Ich will nicht fahren, ich will nicht reiten, sondern mit dir flechten gehen. Nun, wir kommen in einen Wald hinein, wo ein Mädchen so steht ganz allein. Guten Tag, guten Tag, Frau Wirtin, hast ein gutes Glas Bier oder Wein? Nun, ein Mädchen hat ihre Kleider an, ei, die sollen versoffen sein. Versoffen sind die Kleider, was fang ich mit mir jetzt an? Nach meiner Heimat geh ich bald wieder ein, wenn die Kleider versoffen sein. Die Kurflöchte, sie in Braverein, sie am Gräften singt oder schreit. Wann sie verfehlen, ein junges Mädchen, stürzen sie ins Unglück ein. Wann sie verfehlen, ein junges Mädchen, stürzen sie ins Unglück ein.